moin ihr toads es ist endlich draußen ein neues mario maker 2 updates erste richtige wenn man den online modus mal absehen tut den freundesmodus endlich ist es soweit ich habe mir so lange ein update gewünscht habe damals auch ein video gemacht was ich mir für neue bauelemente wünsche mal gucken was nintendo davon wahr machen wird ich gucke das einfach mal rein habe heute nicht so viel zeit deswegen das video auch ein one take video also ohne geschnitten ohne geschnitten aber oben rechts ist das tot logo das ist ganz wichtig wir sind ein professioneller kanal oder gut ich würde sagen los geht's ich bin sehr gespannt vier minuten 36 ab geht's ja dankeschön ja ich spiele spiel aber nicht mehr so oft weil es heute langweilig ist das hier full hd das kommt mir so vor wie in einer wo sind wir denn hier hallo so besser hoffentlich okay dann hau mal raus spike den habe ich mir gewünscht ja geil ja geil der wirft ihr so kugeln natürlich wie das immer so ein spike macht natürlich das spike ist neu sehr schön oh hoffentlich ist die hitbox gut wir kennen ja nintendos hitbox in dem spiel die ist ja jetzt nicht so krass okay er kann blöcke aktivieren sehr schön er kann sogar eisblöcke kaputt machen und es gibt natürlich auch die in die großen spikes big spikes man kennt man kann drauf spinnen selbst mit den schünen ich komme gerade von der schule selbst mit den schünen man kennt ja geil ich habe mich gerade gewundert was schneebälle gibt es auch sehr gut so viel neues park den habe ich mir auch gewünscht nintendo habt ihr mein video gesehen oder was das ding war ja auch den park konnte man damals schon sehen im 3d wird film film der wüste da kann man park im hintergrund sehen deswegen habe ich mich gefragt warum ist der nicht im spiel gut dass das nintendo jetzt mal verändern tut es gibt auch flügel starre starry poky sehr gut ja bist ja ganz geil joshi das ist geil ja moin hallo snowman was gefrorene münzen ja moin nichts verfügbar im spiel thema super mario 3d wird aha das ist ja geil oh das erweitert unser spielerlebnis leute das ist geil ja mega kann zwar auch nervig sein aber es ist gut was der p block oh das ist auch gut weil davor musste man das ja mit münzen machen und wenn man die münzen eingesammelt hat bevor man den p switch aktiviert hat ja dann hat man verkackten das ist jetzt eine sehr gute sache sehr geil oh was mega mega es ist ja fast wie die all-off blöcke sprintblock oder was lol aus diesen mario kart strecken in 3d world ah ja das ist das wird richtig geil das wird sehr oft genutzt werden in diesen ganzen ich bin gerade ein bisschen demenz ja auf jeden fall wie heißt es jetzt hier in den level wo man nichts machen muss also nicht steuern muss und so also was automatisch läuft ne ihr wisst bescheid aha es ist ja genau so was genau oder muss man leben da muss man nicht rennen ich glaube das macht er automatisch doch doch es ist geil mit dem nagelneuen bünzer auf und davon und jetzt kommt was ganz geiles blick ah ja und dann kann man link spielen oder was haha sehr geil zelda maker oder aha ja geil Junge ich kann mir vorstellen dass die in zukunft noch mehr bringen werden als die ist jetzt nur link ich kann es mir vorstellen der ersatz für die amiibo kostüme leute und es ist geil es ist geil als ob als ob als ob bombe ha mit mit dem master so aber jetzt fällt mir gerade was auf ich hoffe dass nintendo diesen link nicht als frei wählbaren charakter macht weil sonst sind sehr viele level jetzt einfach broken also ich hoffe man muss den als level bauer auswählen als andere wäre ziemlich scheiße vielleicht hat er es gesagt habe es überlesen oder so das wäre sehr wichtig sonst ist das ziemlich broken oder oder make the master sword power of the star of a puzzle solving course ass geil was wuuh 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 So viel Schnee Guckt euch diesen Pock hier an, der sieht ja süß aus. Ja moin Der ist voll süß Da ist jetzt nix, doch die P-Switch-Blöcke, okay. Richtig gute Sachen, richtig gut. Der ist auch ganz nett mit den Eisblöcken. Link ist natürlich ultrageil Und der Modus sieht auch ganz nett aus. Nette Idee Mario Maker 2 mit Link. 5. Dezember. Alles klar. Ja, dann werden wir spielen, Leute. Im Stream mit euch Und Leute, falls mir keiner glauben sollte, hier mein Video Damals gemacht und da ist Pocky. Den habe ich mir gewünscht. Den Spike habe ich mir gewünscht und sonst noch irgendwas Ja, so ein Wasserpegel wollte ich noch ganz gerne haben. Gibt es bisher nicht Und sonst Weiß ich gerade selber nicht mehr. Und so Kommentare, Antworten und sowas. Okay, Leute. Das war's mit dem kleinen Video. Wir haben es nicht auf zehn Minuten geschafft. Oh mein Gott, ich bin ja so traurig. Egal. Bis zum nächsten Mal, Leute. Wir werden das am 5. Dezember natürlich im Livestream spielen. Ist ja ganz klar. Bis dahin wünsche euch einen schönen Tag. Und guckt auf so lieb vorbei, mein zweitkanal. Da kommt heute noch ein Video. Bis morgen oder so übermorgen. Tschüss, ihr Toads. Daumen hoch und Glocke aktivieren. Daumen hoch und Glocke aktivieren. Also